Hallo liebe Vifre und Cleverbot-Freunde zu meinem ersten Gespräch mit dem Cleverbot-Boy oder Boybot oder wie auch immer mit der lieben Alice. Hallo? Okay, wir müssen euch kurz berichten und zwar wir haben gerade so ausgetestet, wie das geht und dann haben wir halt so gefragt, ja was machst du? Er so Fernsehen und dann haben wir halt gefragt, welchen Sender? Er so Sport 1 und dann habe ich gefragt, welcher Sport hat er? Und er hat einfach so gesagt, ich liebe dich. Interessant. Dieser Boy ist sehr creepy. Vielleicht machen wir mit dem die ganze Folge oder vielleicht wechseln wir auch gleich zum Cleverbot. Kommt drauf an. Der Typ starrt einen an. Das ist voll creepy. Jetzt lächelt er. Ein bisschen. Aber auch nur ein bisschen. Okay. Ach, mir Angst. Okay, was muss man fragen? Ich liebe dich, dann sagst du ich dich auch. Nein, ich dich nicht. Nein, ich dich auch. Oh ja. Willst du mich heiraten? Okay, Leute. Erst, wie der einfach befriedigt guckt. Oh ja. Willst du mich als ob... Schau mal so als ob. Warte, als ob du mich heiraten bist. Ach, wie der lächelt. So richtig befriedigt. Der Typ ist so... Willst ich dich heiraten, oh du mein geliebter Roboter-Gan? What? Was? So getötet. Willst du dich heiraten, oh du mein geliebter Roboter-Gan? Hat er, glaube ich, gegannt, weil er ihm langweilig ist? Ist dir langweilig? Das guckt ja voll traurig. Ich aber nicht. Ich aber nicht. Was lauerst du, Boy? Okay, kann man das nicht mit dem Mikrofon auch machen? Ähm. Nein, nicht Englisch. Mikrofon nur aus. Aus. Okay. Z. Wie geht's dir so? Mir geht's gut, und dir? Sehr antworten. Mir geht's schlech... Oh, ich hab's mal verkackt. Ja! Was ist denn? Was ist denn? Hast du gesagt, mir geht's schlecht? Was hast du gesagt? Okay. Ähm. Mal gucken, seine Reaktion wird dann richtig. Er überlegt. Was? Ja, ich weiß. Scheihe? Ja, ich weiß. Ja, guck mal, wie du da jetzt lächelst einfach. Ja! Okay, jetzt fragen wir ihm mal. Willst du Kinder mit mir machen? Obst, das hab ich da gemacht? Ich weiß es nicht. Das sieht aus wie, mein Schatz. Ja, mein Schatz. Ich will dich schwennen. Ja, mein Schatz. Ich will dich schwennen. Ja, mein Schatz. Lass uns anfangen. Lass uns anfangen. Lass uns anfangen. Lass uns anfangen. Du hast an und geschrieben. Du Kleine. Egal. Lass und anfangen. Gute Rechtschreibung, du hast. Schatzi, wann willst du Kinder haben? Jetzt. Jetzt. Was? Okay, also sind wir jetzt verheiratet. Nein, ich will nur Kinder von dir. Was? Was stehst du nicht daran? Was? Wie eine Nutte. Das ist so dumm. Was? Ja, aber deine Nutte ist kein... Willst du doch überhaupt keine Kinder, oder? Okay, dann streich ich das wieder raus. Meine Idee ist das. Wir Kinder mit dir auch. Okay, das ist so eine tolle Grammatik. Frau Brohl, wenn du das hier siehst. Ja, klar. Okay, äh. Äh. Hast du überhaupt... Was willst du fragen? Einen Penis. Alter, voilà. Geilste Folge ever. Ja. Ja, wie der guckt. Bist du ein kleiner Pädophine. Wie alt bist du? Überhaupt. Überhaupt. Das sieht mir so aus nach 20, 25, Anfang 30. Geh dich nichts an. Ich dachte... Wollten Kinder zeugen. Das klingt, als ob wir nur blicken wollen. Dann... ...muss ich wissen, wie alt du bist. Jawohl. Jawohl, wir auch. Wie der einfach so ernst, ernst meint. Lass uns anfangen. Lass uns anfangen. Nein, ich will nicht mehr. Ich mache Schluss. Lass uns anfangen. Was? 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 Nein, ich liebe dich doch. Ach, wie der nickt! Aha! Einfach so... Oh Gott. Nein, das tust du nicht. Ein Stück schriegt. Nein, das tust du nicht. Doch... ...du mich... ...etwa nicht. Wie der ernst guckt. Doch sonst wären wir nicht in der Kiste. Was labert der? Der Typ macht mir voll Angst. Ja, mir auch. Bist du ein... ...Pedobär? Vor allem auch Bär. Oh nein, das tust du mal echt. Dann können wir vielleicht bitte auf Cleverbot gehen und nicht mit diesem... Nein, ich bin ein Elden von Planeten 369 3xX. Oh, okay. Okay. Die Verbindung bricht ab. Hä? Dann gehen wir jetzt einfach zum Cleverbot. Ich finde, der ist ein... Nein, du bist kein Mensch. Nein, du bist... Okay. Okay, der wird mir jetzt zu creepy. Ja, mir auch. Okay, Cleverbot. Hallo, Cleverbot. Hey. Im Major, was ist das? Ich weiß es nicht. Deutsch. Ja. Okay, das war gerade merkwürdig. Okay. Erstmal, wir fragen jetzt mal. Wir fragen ihn mal. Wir fragen einfach, welche Farbe hat mein T-Shirt? Okay, Leute. Welche Farbe hat mein... Was ist das? Korall? T... Ja, ich sag schon. Ja, du hast es. Sorry. Hä? Mein T-Shirt. Wie? What? What? Was labert der? Okay, warte. Welche Farbe hat meine Hose? So eine hellblaue. Super. Blond. Warte. Blond mit blauen Strähnchen. Falsch. Bist du schwarz? Voila! Also nein, also nein! Das sind die Haare! Ich formuliere es wieder anders. Hast du Schwarze? Ist das dein Ernst? Ne, wenn du falsch hast, was solltest du denn sonst haben? Na... Ups. Äh. Kann ich schreien. Ich will kann mich nicht. Wie? Du hast Dienstag Haare. Nicht ein Unterkaare? Oh, das ist ja so lustig. Ja, ich weiß! Okay, äh. Das kann ich nachfragen. Ähm. Äh. Magst du Chicken? Chicken. Chicken. Hola, Chickens! Ich mag Chicken Nuggets. Ah! Hola! Ich glaube, wir müssen uns Homeclever-Wort veranhalten. Oh mein Gott! Dieser Typ ist Chicken Nugget! Okay, ich habe auch mal Chicken Nuggets. Ich auch. Ich weiß nicht was. Ich auch. Bei Meckles. Bei Meckles. Aber... Wie? Dallas is on earth. Ja, ach was. Ne! Wirklich, alter. jetzt magst du hamburgers ich bin ich bin aber ist chicken nugget du bist du dumm was hast du doch eben gerade gesagt bist du ich bin dumm ok ich hasse das wieso weil ich was bin scheiße das was aus deinem arschloch kommt ich kann auch aus einem dorf was aus welchem dorf alter du hast sie doch nicht mehr alle mehr als du mehr als ich geht nicht was du bist du ein mensch bist du ein mensch das kommt bestimmt wieder das mit einem mit dem alien oder ok lol ist das eigentlich ein computer ich glaube ja oder was soll es denn sonst es ist doch ein kleiner bot ja aber es kann ja sein dass irgendwie diese leute oder so ja ungefähr 59.748 ja ich habe ein junger mädchen ich denke so lange darüber nach oh god what the fuck hast du eine freunde ja ich bin ein mädchen hä was was bist du lesbisch was bist du lesbisch das ist aber lesbisch geschrieben nein du bist doch ein junger hä ich bin ein mädchen nein ich bin ein alien ich bring mich um ok wir haben dich daran ernsthaft ein mädchen zum umbringen ok ich mag socken ja was hast du für spiele GTA 5 alter god GTA 5 vor allem wenn man 5 nicht durchschreibt cool cool benutzt man nicht mehr nein benutzt man 0 wie alt ist die ja 456 wirklich ja wollen wir uns mal näher kennenlernen wieso wieso nicht du weißt ich bin ein alien ähm ich hab nicht gesagt du bist alt hä ja schau bist du dumm fehlt ok also ich finde diese konversation dringendvoll ja fehlt was wie der auch immer fragt so cool cool ich nicht oder g-stock ist dein ja was wie heißt warte wie heißt dein g-stock ja ja ich liebe ihn so mit ihm kann man alles machen auch spaß farben im bett was ist das adriana 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 ist cool ist nechi nechi nicht okay 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 doch wann hast du es getan jetzt was geht ab wo bist du denn neben dir okay wie heißt du denn clever bot ja genau was denkst du klar okay ich würde aber sagen war es dann was ich frage mal erstmal bist du ein ura... das ist ein aurakel wahrscheinlich eher nicht okay soll ich die folge beenden meine auf meinem youtube kanal nein du willst mich bifraschern sagen wie heißt du ernsthaft nein sag es nicht sag es nicht nein gib concrofter ein ja okay ich glaube das rasiert ne ich rasiert okay gute grammatik jetzt nochmal ist noch welche folge hm wie lange denkt er was sollst du die frauen egal auf jeden fall danke fürs zuschauen mal wieder okay 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 danke fürs zuschauen leute wenn ich mal noch solche spiele ausprobieren soll schreibt mir doch unten in die kommentare und wenn es euch gefallen hat gebt uns einen daumen nach oben und das war gerade die klingel war das nicht geil und dann würde ich mal sagen tschüss bis zum nächsten mal tschüss geil 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 Geil, 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 geil.